Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Poly Bridge. Normalerweise gehe ich die Brücken hier chronologisch durch, das heißt, ich schließe sie hier ab, mache dann die nächste und die nächste und so weiter und so fort. Wir sind übrigens in einer neuen Welt, falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte. Wir waren vorher in den Desert Winds und sind jetzt in den Ancient Ruins. Dieses Mal allerdings werde ich eine Brücke überspringen, und zwar diese 24 Meter Double Draw Bridge. Und der Grund dafür ist folgender. Ich glaube, dass es sich um einen Bug handelt, der noch nicht behoben wurde. Ich bin mir aber nicht sicher, kann auch sein, dass es gewollt ist. Und zwar müssten wir hier eine Konstruktion hinbekommen, zwei Schiffe fahren durch. Wir haben dafür Kabel, Hydraulik, Stahl, Holz und Straße. Stahl haben wir aber auch nur vier verfügbar. Und Kabel haben wir sechs verfügbar. Und der Punkt hier oben, ich vermute zumindest, dass er eigentlich hier unten hin gehört. Bin mir aber natürlich nicht sicher, kann sein, dass das gewollt ist, weil hier ist, glaube ich, so eine Statue. Ich kann gerade mal gucken. Da sieht es so ein bisschen nach einer Statue hier aus. Auf jeden Fall habe ich es nicht geschafft, die Brücke so weit zu stabilisieren, insbesondere in diesem Bereich hier, dass das nicht eingebrochen ist. Und ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll. Falls jemand von euch Vorschläge hat, bin ich dafür natürlich offen. Solange ich das aber nicht hinkriege, werde ich erst einmal die Brücke überspringen und die nächste Brücke machen. Und falls wir hier am Ende sind und nicht in die nächste Welt kommen können, dann werde ich mich nochmal an diese Brücke setzen und alles probieren. Oder ihr gebt mir halt Vorschläge und dann probiert es mit euren Vorschlägen natürlich. In der Zwischenzeit probieren wir den 18 Meter Schulbussprung. So, wir haben 9000 Budget. Ein Schulbus muss auf die andere Seite und hier kommt nebenbei noch so ein Schiffchen. Gut, wir schauen uns das Ganze mal an. Wir haben Straße, Holz und Stahl verfügbar. Aber Stahl auch nur zweimal. Das bedeutet, wir haben viermal Straße. Ich baue das jetzt einfach mal so. Keine Ahnung, ob das halten wird. Ich hoffe es einfach mal. So. Und, ähm, wir haben noch unbegrenzt Holz. Dann baue ich hier noch eine schnelle, kleine Holzkonstruktion. Machen wir es so. Ein bisschen steiler noch. So. Ich würde sagen, wir probieren das gerade mal ganz schnell aus. Vielleicht funktioniert das ja bereits. Okay. Nein, tut es nicht. Hätte ich mir sogar fast schon denken können. Habe ich aber nicht. So, das genügt nicht zur Stabilität. Dann probieren wir es mal anders. Ich komme bis da hinten hin. Und dann probieren wir mal, das Ganze hier so zu verbinden. Boah, zumindest hält schon mal die Brücke. Ah, okay. Das funktioniert noch nicht. Dann mache ich hier oben mal die Holzkonstruktion nochmal weg. Und, ne, eigentlich können wir gerade nochmal alles wegmachen. Ich glaube, dass die Straße deutlich steiler sein muss. So, zum Beispiel. Äh, ne, Moment. Erstmal Stahl. Oh. Wir haben... Wir haben ja nur zweimal Stahl. Dann setze ich den einen hier hin und den anderen hier hin. Wir müssen nämlich... ...den Rest jetzt mit Holz verbinden. So, vielleicht funktioniert das. Aber ich glaube, das wird für den Schulbus zu steil sein. Ja, ist es. Dann senken wir doch mal gerade alles. Weil... Ich glaube, ich lasse das mal gerade so. Ja, nicht ganz. So, zum Beispiel. Vielleicht funktioniert das, ja. Ne, das hat hier nicht genügend Halt. Schade. Vielleicht könnten wir das Schiff mitnutzen irgendwie. Ja, sieht gut aus. Ich werde probieren, das Schiff mitzunutzen. Ich glaube, dass das sogar eine der Ideen war. So. Moment, können wir das vielleicht noch... Ähm... Ach, okay, komm, dann machen wir die Straße hier ganz schnell nochmal weg und nochmal hin. Das hat gerade Probleme mit dem Verschieben. So ungefähr stelle ich mir das gerade vor. Oder zumindest mal so. Mal gucken, ob es das hält. Oh. Oh, oh, oh. Das hat tatsächlich fast funktioniert. Aber ich will diese, ich will das Schiff mit nutzen. Jawohl. Ahaha. Okay, das hat dann diesmal funktioniert. Und dann möchte ich noch ganz kurz eine Sache sagen. Und zwar kam ein Kommentar vom guten Nils. Und da kam die Frage, ob ich zwei Parts auf einmal hochladen kann. Ähm, das wird in den nächsten zwei Wochen ein bisschen schwierig, da ich momentan in der Klausurenphase bin. Das bedeutet, dass ich in den nächsten zwei Wochen meine kompletten Klausuren schreibe. und naja, dann ist es ein bisschen schwierig mit dem Aufnehmen und dem Hochladen und dem Schneiden und allem drum und dran. Das bedeutet, es wird sogar in den nächsten zwei Wochen weniger Videos geben als sonst. Zum Beispiel, es wird kein Age of Empire 3 kommen, es wird kein Subnautica kommen. Äh, und es werden weniger Parts von Polybridge kommen. Dementsprechend wird das auch schwierig mit zwei Parts auf einmal. Wenn die zwei Wochen rum sind, wird alles ganz gewohnt weitergehen. Sogar ein bisschen verstärkt, weil ich dann ein bisschen mehr Freizeit habe. Ich habe dann Semesterferien. Und, äh, ja, dann kann ich mich ordentlich ans Produzieren und auch ans Vorproduzieren setzen. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis dafür. Und, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr versteht das. Und bis zum nächsten Part. Haut rein. Und schon.